Hallo Kamera! Hallo Steige-Key! Die Maschelle, gewinnen wir das heute. Klar! Für dich! Für die Verletzten! Für die Verletzte! Für die viele Verletzte! Schön für den Steigen! 5, 10 Mal! 5, 10 Mal! Heiß sein, Andy! Heiß sein! Unsere beiden Physiotherapeuten Sven Raab und Sascha Panda hier! Und gleich ist der Akku wieder leer! Ja, ist auch gleich leer! Gut Steige, bloß nichts vom Spiel oder so! Was ist eure Prognose für heute? Was? Eure Prognose! Ja, 15,50! Das haben wir jetzt nicht denken können! Entweder gewinnen wir oder verlieren wir! Okay! Hier ist das Ding! Das wollen wir holen! Und hier ist die Wandschaft, da rein der Galle hin! Wenn wir 1 Uhr mehr als die anderen machen, dann gewinnen wir! Wirklich? Geil! Geil! Jaaa! Oké, is er toch wel een fein? Jaaa! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Jaaa! 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 Ja! Und dann! Gewinnen! Hey Alex! Du hast doch was! Deine! Meine Fresse! Hey! 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 Ja! Niklas! Was? Was los? Nichts! Nein! Ich auch! Hey! 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 Ja, die Siganer! Woh!